Bastelzeit heute mit ein bisschen Kleinkram und schon mal Vorwarnung könnte sein dass das in nächster zeit häufiger vorkommt da zeichnen sich so ein paar nicht ganz so dolle sachen ab sobald ich irgendwie was festes habe werde ich euch da sicher eine info da lassen anyway worum es heute gehen soll das ding hier spiegelt wenn man von vorne drauf gucken können wahrscheinlich eher erkennen was das ist 12 mal können also irgendetwas hier per taste einstellen und die magie ist auf der rückseite input 1 input 2 und ein output offensichtlich hdmi also das ding hier das ist wenn ich richtig tippe ein hdmi umschalter wir können also zwei geräte mit eingang anschließen das heißt also zum beispiel sat receiver und eine spielekonsole können hier den fernseher dran machen und können dann auf der vorderseite per knopf wählen wollen wir jetzt den einen oder den anderen die dinger hier die stammen aus der anfangszeit von hdmi damals waren hdmi ports an fernsehern zum beispiel mangelware da hatte man nicht irgendwie seine vier fünf ports wo man alles ankleben konnte und naja die alternativen waren dann entweder man holt direkt einen av receiver die aber schweineteuer sind oder einen umschalter da gibt es dann die hier die mit den tasten die waren relativ günstig und es gab dann noch relativ schnell auch automatische wo man im prinzip nur einen taste hat oder sogar eine fernbedienung um zwischen mehreren durchzuwechseln die waren aber damals noch recht teuer ja das einzige was ich hier von weiß ist das hier ja das ding ist importet von gubay oder gubay wie auch immer wenn das ausspricht und die modellnummer 60706 im internet findet man dummerweise nur nichts dazu mich würde jetzt interessieren ja was steckt denn hier überhaupt drin und was ist das für ein hdmi also sind alle durch belegt ich gehe nicht davon aus dass das ding hier irgendwie die hdmi spezifikationen die aktuellen erfüllt aber wenn wir so ein 1080p signal umschalten können kann man es ja noch mal benutzen ein ding hier fehlt schon und ich sehe eine kreuzschraube da drin also machen wir doch hier mal die anderen auch ab der kleber ist inzwischen nicht mehr so wirklich gut und das gehäuse auf gucken was sich im inneren versteckt das ganze im übrigen wenn es nicht ohnehin klar gewesen ist kein metallgehäuse sondern plastikbomber rundum rum ich meine immerhin die ports hinten die sehen so ein bisschen vergoldet aus also man hat sich mühe gegeben also moment der spannung was ist drin ist schon das bord hängt an der anderen seite so rum und tada weniger als erwartet das sieht mir fast aus als ob das einfach nur zwei riesen schalter sind die gegeneinander hier dann kann ich sehr verdammt das ist jetzt doof ich wollte gerade sagen dann kann ich aber nicht beide drücke auch beide ausgänge oder eingänge aktivieren aber jetzt kriege ich sie nicht mehr raus das ist ein interessanter fehler ein interessantes fehler bild dass man von außen das ding so kaputt bekommt dass man es nur noch von innen irgendwie wahrscheinlich wieder frei bekommt naja gut gucken wir mal was wir sonst so haben ich glaube nicht viel ja tatsächlich es ist einerseits ja ok andererseits gehen wir mal kurz durch was wir denn hier sehen oder haben nun hdmi selber für die die es nicht kennen da haben wir einfach ein paar differenzielle paare auf den daten hin und her gesendet werden und das können wir auch relativ gut hier sehen hier wo was abgeht haben wir immer zwei stück das heißt also ein paar und ja gut wir haben also jetzt hier ein paar was von hdmi weg geht das wird irgendwie hier kann man es ja gut sehen bis zum schalter gehen der wird dann in der lage sein das durchzuschalten und von daraus geht es dann hier in richtung ausgang ja wir haben es tatsächlich geschafft dass sie nicht mehr blockieren aber ja doch ok ich ziehe meine auslage zurück man kann es von außen reparieren also normalerweise drückt man einen dann schaltet der hier entsprechend durch also zum beispiel die buchse hängt hier dran ist jetzt durchgeschaltet zum ausgang komplett mechanisch wenn wir jetzt die andere drücken dann haben wir hier vorne so eine gegenseitige verriegelung das heißt der hier geht aus der hier geht an und jetzt entsprechend dann hier die von der buchse sehen wir ja durch verbunden bis hier hinten und wenn wir beide drücken dann sind beide verbunden was eigentlich nicht passieren sollte und eben habt ihr ja gesehen egal was ich drücke es passiert nichts aber wenn man extrem fest drückt dann kann man es doch wieder in funktion setzen ohne dass man hier drin irgendwie mit der feder das ganze einmal irgendwie hier müsste irgendwo was zum drücken sein wie auch immer irgendwie kann man sie drin auch wahrscheinlich wieder in funktion setzen gut also wir haben im prinzip nur hier die doppelten bahnen in dem fall hier auf der oberseite hauptsächlich zum ausgang und eine die hier rüber geht ansonsten sehr viele vias wie wir hier sehen wo dinge die lage wechseln ich gehe davon aus von der dünne vom bord her dass das wirklich auch nur zweilagig ist kommt hin das heißt also wir haben nur eine unterseite und eine oberseite ja ansonsten teilweise sehr seltsame dinge wir haben hier tatsächlich through hole buchsen und ich kann jetzt nicht sagen dass ich sonderlich von der lötqualität begeistert bin also die sind ziemlich verbogen aber hey wenn es funktioniert ansonsten ja so signale sind relativ anfällig man hat versucht ein bisschen gegen zu wirken man sieht hier auf den freien flächen sehr viel vias die einfach das ground auf der ober und unterseite wieder verbinden insbesondere hier um die tracks herum wo so zwei signalleitungen liegen das heißt also hat man zumindest versucht was zu machen was ich aber ein bisschen interessant finde man hat einerseits hier 45 grad winkel genutzt aber dann hier hinten die als bogen ausgeführt ich kenne dass man als bogen ausführt um einfach hier solche ecken raus zu halten weil die das signal schwächen können warum man es nicht man nicht ganz klar insbesondere weil es auch hier halt ist eventuell ist sie hinten als ne moment ich wollte gerade sagen eventuell ist sie hinten im bereich als bogen ausgeführt weil sie dann nicht mehr nebeneinander liegen aber hier hat man auch ein bogen drin okay ja gut im prinzip können wir das aber auch zu großen teilen ignorieren ja klar wenn wir hier entsprechend so ein eck drin haben das kann das signal ein bisschen schwächen aber ganz ehrlich die hauptschwächung vom hdmi signal erfolgt hier denn so ein mechanischer schalter der ist eher nicht dafür geeignet irgendwelche hochfrequenz audio video daten zu übertragen wäre jetzt sicher mal interessant hier ein messgerät drauf zu werfen was so ein augendiagramm machen kann aber sowas habe ich jetzt gerade glaube ich nicht da und wäre mir jetzt auch zu viel zeit wenn interesse ist wir können es eventuell mal vorplanen wenn ich wieder werkstatt und so komplett nutzen kann ob man da mal was zusammenbauen um das zu messen aber ja fürs erste ansonsten was haben wir denn hier wir könnten eigentlich mal zählen wie viel wir haben was weg geht nehmen wir mal hier die wir haben ein paar zwei paar drei paar vier paar fünf paar sechs paar an datenleitungen die weggehen jetzt lasst mich mal in die hdmi spezifikation gucken haben wir die hier irgendwo wir haben erst mal vier paare die das datensignal übertragen tdms 0 1 und 2 und tdms clock das heißt vier von unseren sechs paaren sind schon mal erledigt das heißt wir haben noch zwei und das ist eigentlich schon relativ dünn ich gehe davon aus dass sie als quasi noch durchschleifen als ein paar das brauchen wir um so auflösung und so zu übermitteln das heißt wir haben noch zwei leitungen kommt hin dann haben wir noch cec und hotplug detect die übermittelt werden und der rest ist dann fünf volt und ground und wenn wir mal gucken wir haben hier eine einzelne leitung die noch durchgeht das wird die fünf volt sein und ground wird man einfach die komplette ground plane hier benutzen dass die dann dafür durchgeht und ja das heißt im prinzip dass das hier wahrscheinlich hdmi 1.0 bis 1.3 ist weil das einfach die belegung war denn für hdmi 1.4 müsste es wenn ich richtig sehe ein kanal mehr sein es müsste wahrscheinlich ausreichen wenn man keine langen kabel dran hat zumindest und gute sender und empfänger hat irgendwie darüber 10 atp noch zu prügeln ist jetzt sicher nicht die schönste methode vor allen dingen weil halt neuere umschalter jetzt auch nicht so viel kosten aber hey vielleicht kann man es irgendwo noch mal benutzen okay für irgendwelche versuchsaufbauten oder so warum ich gerade so verwirrt war wenn wir das hier wieder wieder rein legen dann sehen wir ja dass wir hier unsere schraube eben drin hatten und sonst nichts der hat im prinzip hier auch noch einen zweiten von diesen pfosten für eine zweite schraube aber wenn wir die mal hier nebeneinander legen das passt nicht also ich habe die dunkle befürchtung dass man hier dieses gehäuse für unterschiedliche produkte verwendet hat wobei was will man groß damit machen wenn man hier vorne so ein ding hat und hinten naja also ist auf jeden fall alles sehr überschaubar also viel kann das hier wahrscheinlich nicht gekostet haben das ist ein standard board das ist das einzige was halt ein bisschen komplizierter ist sind diese beiden schalter hier die dann wie viel haben wir da zwei vier sechs acht zehn zwölf ein zwölffach schalter wenn ich das richtig sehe und ja ansonsten wir sehen ja hier das wackelt komplett die schraube war auch nicht komplett reingedreht als ich es aufgemacht habe naja es ist halt zeigt halt schön dass auch bei solchen herstellern die sagen wir mal mehr oder weniger professionelle produkte anbieten dabei ist ja so einer der importiert einfach nur meistens irgendwelche chinesischen waren die gerade verfügbar sind dass selbst bei diesen geräten halt teilweise nur sehr wenig drin steckt was dann irgendwie aber noch zumindest grob das erfüllt was sich die leute vorstellen wie gesagt ich gehe nicht davon aus dass wenn man hier das wirklich misst dass die hdmi spezifikation erfüllen würde aber solange das ding halt irgendwie unterm fernseher steht und da irgendwie nur so ein meter kabel dran ist oder sowas dann funktioniert es halt zumindest noch und das ist halt das was viele leute zumindest damals gesucht haben heutzutage wie gesagt gibt es dieselben dinge als automatischer umschalter wo dann irgendein ic wahrscheinlich drin steckt der die umschaltung macht da hat man das problem nicht mehr dass man das signal mit den hohen frequenzen über die schalter schleifen muss die nicht dafür da sind und ja ich gehe davon aus dass die dann auch vermutlich je nachdem was man für einen preiskategorie holter mit probleme haben könnten da wirklich innerhalb der spezifikation zu sein aber wie gesagt nutzer interessieren sich üblicherweise nicht für die spezifikation die sind glücklich wenn es funktioniert und solange man halt nicht allzu weit die spezifikation ausreizt bei hdmi sind es glaube ich maximal 15 meter wenn ich richtig im kopf habe solange das nicht das thema ist hat man da auch kein problem gut wir wissen jetzt was hier drin ist ich mache mal gleich hier noch ein schreib drauf dass das hdmi 13 oder so ist jedenfalls ohne ethernet so viel kann ich recht wahrscheinlich sagen ja ich werde nur mal auf seite legen die kiste ist groß vielleicht kann man das ganze mal irgendwie noch rauchen aber ja auch wenn es nie wirklich so 100 prozent geklappt hat für die meisten anwender tut es halt was es soll zu Vielen Dank.